Und was ist dein comfort food? Ah, vielleicht eine gute Fondue. Okay, Käse. Da drüben steht eine Käseplatte. Du kochst ja aus Fribourg. Eine davon ist aus Gruyere und eine davon ist aus Fribourg. Jetzt musst du mir sagen welcher welcher ist. Also, ich weiß ja, ich weiß ja, dass das Fribourg und das Gruyere wird. Wow, tähne, tähne. Ich fahre mit dem Näh.